Kuschelig warm ist uns nicht heiß genug. Ab Januar gehen wir durchs Feuer. Man geht halt immer vom Schlimmsten aus. Unterwegs mit drei Feuerwachen. Adrenalin dann in dem Moment. Immer da, wo es richtig brennt. Wasser! Die neue Serie 112. Feuerwehr im Einsatz. Ab Dienstag 21.15 Uhr auf DEMAX. Untertitelung des ZDF für funk, 2017